Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, die Jungs wissen gerade nicht, was sie mit den Steinen anfangen sollen. Weil sich wieder alles irgendwie besettet hat. Aber langsam kommen sie wieder drauf. Gut, wir bauen erst einmal hier unser Rathaus sozusagen. Und ja, in die Kirche sollte ich eigentlich auch ein paar Fenster reinsetzen. So, hier zwei. Und hier zwei. Hier würde ich dann eigentlich gerne irgendwann Waffenregale reinsetzen. Oh ja, es kommen immer wieder ein paar Steine zusammen. Von unserem Steinbruch hier drüben. Oh ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, so kann man es auch machen. So, frische Steine. Aber die sind erstmal mit Holz beschäftigt. Ja, so kann man es auch machen. Ja, so kann man es auch machen. Ja, so kann man es auch machen. So, jetzt ist die große Frage, kommen sie noch da hoch? Ja, so kann man es auch machen. Äh, irgendwie putz ich was hier da gerade treiben. Na, eigentlich ist das... Oh ja, dann passt es auch... Hier sollte eigentlich jeder wieder hoch oder runter kommen. Ja, sie haben es auch geblickt. Ja, sie haben es auch geblickt. Gut. Was tut sich an unserem Steinbruch da drüben. Mal gucken. Mal gucken. Du hast dich hier nicht ernsthaft... Eingeschlossen. Eingeschlossen. Aber gut, sie kommen voran. Ja. 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 Ich muss... Ich muss ja sagen, das Einzige, was wirklich immer einigermaßen ohne Probleme läuft, sind Bauaufträge. So lange die Brick von seinen Weg haben ans Ziel, haben sie keine Probleme. Effiz... Effektiv ist was anderes, aber... Aber es wird einfach, irgendwie wird es so, irgendwie wird es nicht so, irgendwie wird es Abgesehen davon, dass sie sich manchmal im Weg stehen. Aber das ist jetzt halb so schlimm. Wichtig ist auch, dass das Holz abnimmt. Ich muss zugeben, ich würde irgendwann gerne mal diese Map im Editor laden und versuchen, die unschönen Stellen hier einfach mal wegzumachen. Ich bin auch bereit. Ich bin auch Reykjagd. Ich bin ich in eine Läge. Ich bin ich in eine Läge. Schlauble. Ich habe ich auch noch eine Läge. Und dort bin ich, wenn ich hier in meine Läge verwendes, Ah, so kann man es natürlich auch machen. Hauptsache, es geht voran. Ah, so kann man es auch machen. Hier hat jeder jemand Steine liegen lassen. So, weitermachen. So, weitermachen. So, es dämmert langsam, habe ich das Gefühl. Also, ich kann schon die Sonnenstreifen da hinten erkennen. Okay. 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 Ja! Okay, Steine sind es mittlerweile genug. Es müssen nur Bricktrons kommen und sie verbauen. Oh! Und die wissen langsam nicht mehr, wohin sie mit sich Na gut, beides hier fertig Wie sieht es hier drüben mit dem Steinbruch aus? Achso, hier steht einer, weil das ist er hier Ach, noch haben wir mehr als genug Steine im Steinbruch Das Bauen kostet halt doch nicht so viel wie das Füllen Also ein Stein So, die können dann schon mal weg So, die können dann schon mal weg Bis jetzt traut sich irgendwie niemand dieses Loch zuzumachen So, die da ist, dass ich dann schon mal weggelemmen kann So, wie ihr das liest? Wirklich ein bisschen, dass sie genau weggelemmt So, wie sie oft verwendet ja auch so viel So, wie sie schon mal weggelemmt So, wie die denn hier geht, was sie nicht zu sein? So, wie viele steigern, ich glaube, schon mal weggelemmt So, wie viele lebt in dielde? So, wie viele lebt nicht nur noch keine Verwendung